Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Gast, Peter Andres und mit ihm möchte ich darüber sprechen, was mit unseren Kindern in den Schulen passiert in Bezug auf 5G, elektromagnetische Störfelder. Wie beeinflusst es unsere Kinder? Passiert vielleicht auch schon was im Hintergrund, was wir gar nicht mitbekommen? Wo müssen sich die Eltern da mit den Themen noch mal intensiver befassen und welche Auswirkungen hat es auch auf unsere Kinder? Spüren wir das vielleicht auch durch Konzentrationsschwächen oder Hyperaktivität? Also Fragen über Fragen und ich bin heute froh, meinen Gast da zu haben. Hallo Peter Andres. Freut mich sehr. Schön. Kannst du kurz ein paar Sachen zu dir sagen? Ich bin Informatiker, komme von der technischen Seite, habe lange Zeit in den USA geliebt und wurde dann, manche Leute werden krank, ich musste alles verlieren, habe in der Immobilienkrise alles verloren, kam nach Europa zurück und das hat mein Leben dermaßen geändert, dass ich bin. Ich bin hier, um neue Technologien für die Menschheit, die der Menschheit nützen, einzuführen. So, das ist meine Vision und ganz besonders liegen der Kinder und Jugendliche am Herzen. Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass gerade bei dem Thema Elektrosmog, Handy-Benutzung die Kinder und Jugendliche eher so einen Einschein machen, als ob sie das gar nicht interessiert und man hat so als Eltern das Gefühl, man redet gegen eine Wand. Was ist deine Idee, was würdest du den Kindern am liebsten mit auf den Weg geben? Von der Benutzung her? Ja, genau. Von der Benutzung her denke ich, dass viele Jugendliche eben süchtig sind und ich stelle auch fest, dass die die Jugend heute, ich musste als erstes ein Moped haben, heute ist es so, Auto, Moped brauche ich nicht, ja. Ja. Ich kann locker im Zug und im Bus bin ich online und das ist unheimlich wichtig für die Jugend. Ich bin aber kein Gegner von der Technik. Ich möchte nicht der Jugend das Handy wegnehmen oder so. Ich appelliere an die Jugend, dass sie ab und zu mal das Ding auf Flugmodus macht oder einfach nur benutzt zum Fotografieren, also nicht immer online zu sein. Das ist auch für die Psyche nicht gut. Ja, ja. So eine Online-Fastengeschichte. Digital Detox. Ja, da wünscht man sich manchmal als Mutter auch so ein kleiner Stromausfall oder Fehler. Das ist alles immer ganz. Ja. So, ich mache das selbst übers Wochenende. Ah, okay. Am Sonntag keine Elektronik. Oh. Weder Handy noch Laptop noch keine Elektronik. Okay. Einfach nicht. Ich habe das Handy zwar dabei, aber im Flugmodus und ich verwende es nur zum Fotografieren, weil man hat ja immer, im Notfall, wenn ein Notfall ist, musst du ja dein Handy bei dir haben und so. Ja. Das kriegt man ja eingebläut und ich ziehe das durch am Wochenende und das tut gut. Ich habe festgestellt, dass der Tag länger ist, dass man Zeit hat zum Lesen oder Sport und, und, und. Es tut auf jeden Fall gut. Und dieser Digital Detox am Wochenende einfach Handy-Fasten. Das bitte ich die Jugend einfach mal auszuprobieren. Es schadet nicht. Ja, es gibt ja auch wichtige Erkenntnisse darüber, dass wenn gerade auch die Jugendlichen oder auch wir, also ich nehme mich ja da auch gar nicht raus, wenn wir was lesen und uns irgendwo reindenken müssen, Text verfassen. Ich merke es ja dann auch, wenn ich am Laptop sitze und es klingelt das Handy oder es kommt eine Nachricht. So, sofort drauf. Du bist wieder raus aus dem Thema, brauchst wieder ewig, bis du in deinem Gedankengang jetzt deinen Text wieder weiterschreiben kannst. Also man blockiert sich ja auch komplett selber, sowohl beim Lernen als auch eben bei dem, was man halt gerade machen wollte. Wenn wir jetzt einen Ausflug machen in die Schulen, wir haben jetzt gerade in der Corona-Zeit ist das Thema 5G auch immer wieder hochgeploppt. Dann gibt es auch Stimmen, die behaupten, dafür gibt es jetzt aktuell keine Beweise, dass in Schulen 5G installiert wurde in den USA, weil ja alle zu Hause sind, da kann man ja das optimal einbauen. Was sind so deine Erkenntnisse darüber? Habe ich auch gehört im Internet, beweisen können wir es nicht, aber es ging durchs Internet, dass eben während der Corona-Zeit die Schüler nicht da waren, Monteure kamen und haben dann die komplette Schule vollgepackt mit Wi-Fi oder mit WLAN. Und das fände ich schockierend. Ich bin auch mit einer deutschen Mutter in Los Angeles in Verbindung, die vehement dagegen kämpft, dass eben in den Schulen Wi-Fi eingeführt wird. Und da fordere ich die Eltern eigentlich auf, dass sie da wachsamer werden und einfach für die Gesundheit ihrer Kinder, dass sie eben auch gegen das Schulamt gehen und so weiter. Ja, da fehlt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Aufklärung, würde ich sagen, weil gerade so aus dem Mainstream hört man jetzt nicht wirklich was Kritisches gegenüber Wi-Fi oder man müsste sich vielleicht dann schon alternativ darüber informieren. Gibt es schon Studien, Zusammenhänge bei Kinder, Jugendlichen und Elektrosmog-Belastung? Elektrosmog ganz cool, es gibt jetzt ganz tolle Studien aus England, habe ich gesehen, da ist eine Ärztin in England, die vehement vorgeht, ist allerdings auf Englisch, es gibt aber auch deutsche Sachen. Was sind das so die Ergebnisse daraus? Hyperaktiv, HDHS, es gibt an die zehn neue Kinderkrankheiten, die es vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Und ich arbeite mit vielen Heilpraktikern und Komplementärmedizinern zusammen und da bekomme ich einfach die Rückmeldung, das ist dieser innere Stress der Kinder. Und ich möchte eigentlich, ich möchte nicht den Jugendlichen die Handys wegnehmen, ich bin nicht gegen die Technik, ich liebe die Technik, ich kann auch nicht ohne sein. Aber ich möchte sie vernünftig benutzen und besonders in Schulen, weil die Kinder noch sehr sensitiv sind und sehr feinfühliger. Und deshalb bin ich vehement dagegen, dass man in den Schulen WLAN einführt, das kann alles mit Kabel gemacht werden, ist viel schneller, stabiler und viel, viel einfacher. Also habe ich durch die Kabelverbindung eine niedrigere Belastung, als wenn ich WLAN habe? So gut wie keine. Ah, okay. Weil die Daten werden übertragen durch das Lichtfaserkabel über Licht und das stört den menschlichen Körper eben nicht. Aber kann ich das Kabel, kann ich ja nicht ans Handy anschließen. Doch, das gibt es auch. Geht das? Handy und Tablets und Computer. Okay, also müsste ich jetzt mein Kind im Zimmer motivieren, das Handy an ein Kabel anzuschließen. Das ist aber uncool, oder? Aber vielleicht kriegen wir es im Zimmer hin, ja? Nee, worauf ich einfach die Eltern aufhören. Ich habe hier in St. Gallen, habe ich ein Erlebnis gehabt vor ein paar Jahren, ist eine aufgewachte Lehrerin in einer Realschule, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, sie interessiert sich für Vita-Systeme und für Elektrosmog in den Schulen mit dem Wi-Fi. Und dann haben wir ein Erstgespräch gehabt, sie sagte, es interessiert sie sehr, aber wir sollten an einem Elternabend das mal vorstellen, weil ich habe angeboten, einen Test zu machen mit Vita-Systeme, dass eben das Wi-Fi verträglicher wäre für die Jugendlichen. Und wir hatten dann das lange vorgeplant. Ich hatte einen 45-minütigen Vortrag gehalten, eben Wi-Fi in schools und diese Webseiten vorgestellt und habe den Eltern angeboten, dass wir ein Projekt machen, wo wir Vita-Systeme testen und die Kinder beobachten, was passiert. Und das kam sehr, sehr gut an, das war sehr schwierig, die mussten alle unterschreiben, dass sie einverstanden sind und wir hatten am Ende dann eine Liste durchgehen lassen und bis auf ein Ehepaar haben alle unterschrieben, alle waren begeistert und fanden das gut. Okay, was war jetzt die Argumentation von dem einen Ehepaar? Interessiert mich ja auch immer so die Gegenargumentation, weil du wolltest ja nur das WLAN ausschalten. Ich wollte das nicht WLAN ausschalten, nein, ich wollte es verträglich machen. Verträglich machen, okay. Durch eine gewisse Technik, wie hast du das gerade genannt? Mit Vita-Systeme, die eben auf die Geräte aufgeklebt werden, die neutralisieren die schlechten Schwingungen, senden gute Schwingungen und nehmen vor allen Dingen den Zellstress im Körper raus. Okay, sowas hast du auch, glaube ich, auch schon in Hotels eingebaut, hatten wir mal. Hotels, Fahrzeuge, da gibt es, wir haben Zehntausende von sehr zufriedenen Kunden. Und wie ging es dann weiter? Jetzt haben die Eltern unterschrieben und was war dann das Projekt? Wie hast du das gemacht in der Schule? Ich hatte in 45 Minuten einen Vortrag gehalten und habe die Eltern aufgeklärt, was passieren kann für die Kinder. Die wussten gar nicht und waren dann sehr, sehr dankbar, dass eben, da war auch noch nach dem Vortrag kam eine Frau aus der Mongolei auf mich zu und die hatte Zwillinge. Und die hat gesagt, was mache ich nur, meine Zwillinge schlafen nicht. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wo steht denn der WLAN? Direkt auf der anderen Seite im Raum und die Zwillinge dahinter geschlafen. Und die konnten natürlich nicht schlafen, dann habe ich gesagt, schalten Sie dieses WLAN aus. Ja. Und solche Erlebnisse habe ich dann eben oft. Und dann haben die Zwillinge durchgeschlafen? Ich glaube, ja, ich habe dann eine Rückmeldung bekommen. Sie hat sich eben das Vita-System geholt und hat sich dann bedankt. Okay. Und da gab es eine gute Rückmeldung. Viel, viel entspannter die Kinder und so weiter. Ja, okay. So, zurück zur Schule. Dann war der Vortrag gut, sehr positiv, wurde sehr positiv angenommen. Die Eltern waren sehr, sehr dankbar, aufgeklärt zu sein. Und die Gefahren, die ich aufgedeckt habe. Und eine Woche später ruft mich die Lehrerin an und sagt, Herr Andres, wir dürfen das Projekt nicht durchführen. Das Oberschulamt hat es abgesagt. Sie darf nie mal darüber sprechen, sonst ist sie nicht mehr in der Schule. Das war das eine. Und das Zweite, es gibt hier Richtwerte und das Bundesamt für Strahlenschutz hat das geprüft und da gibt es keine Gefahr. So, es wurde total blockiert und das hat mich eben schockiert. Und deshalb der Aufruf an die Eltern, wehren sie sich, gehen sie dagegen, dass 5G in den Schulen eingeführt wird. Oder dieses WLAN-Thema. Ja, also ich finde WLAN an sich schon erschreckend, wenn das dann eben Auswirkungen auf die Kinder hat, die sich dann schwerer konzentrieren können oder hyperaktiv sind. Also das reicht mir ja schon als Grund, um da schon mal in Aktion zu treten. Ja. Ja, wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt, es ist spontan, aber wenn jetzt hier Lehrer zuschauen oder wirklich Schulleiter und sagen, nö, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir da so einen Riegel vorgeschoben bekommen können, die auf dich zukommen? Ja, ich hatte aus Würzburg, hatte ich eine Lehrerin, die mich angesprochen hat, die ist 62 und dann habe ich gesagt, würden sie vor die Kamera kommen? Dann sagt sie, ich darf nicht, die dürfen gar nicht. Ja. Erst wenn ich 65 bin, dann kann ich vor die Kamera kommen. Ja, klar. So, das System hat das alles. Aber wenn jetzt Lehrer auf dich zukommen würden und sagen, ich bin aktiv in der Schule und ich möchte das auf gar keinen Fall, ich möchte das Projekt mit ihnen starten oder die Eltern zumindest mal sagen, wir möchten dich einladen und du sollst mal hier vorsprechen, dass wir da eine Lösung finden. Keine Ahnung. Ich würde ein, meine Zeit ist natürlich auch begrenzt, ich bin international tätig und, aber ich würde ein Schulprojekt gerne durchziehen und am liebsten mit einem Mediziner oder Heilpraktiker das Ganze begleiten. Hast du ja, glaube ich, genug Leute an der Seite. Ja, weil dann kann man sich nämlich im Vorfeld die Arbeit sparen, ja, dann wird im Vorfeld nämlich abgeklärt, ob sowas überhaupt durchgeht, ja, weil da hast du jetzt auch viel Zeit investiert und dann, nachher kam ja dann dieses große Erwachen, ach, können wir doch nicht machen. Das war eine ziemlich aufwendige Angelegenheit und, ja. Ah ja, vielleicht haben wir ja ein paar Zuhörer, vielleicht gibt es auch Privatschulen, die da ein bisschen unabhängiger sind. Privatschulen, Waldorfschulen, das wäre vielleicht eine Idee, da würde ich also sehr, sehr gerne ein Projekt machen und würde es auch zur Verfügung stellen. Ja, schön, ja, vielleicht finden wir ja hier den, wo kann man sich denn bei dir melden, wenn man sich informieren möchte oder? Am besten auf unserem YouTube-Kanal VitaChip oder unserer Homepage vita-chip.ch Okay, ja, gut. So, das sind die besten Informationen. Jetzt, wenn ich gerade daran denke, unsere Kinder telefonieren ja zum Glück nicht mehr so gern, also haben das Handy gar nicht mehr so am Kopf, sondern eher vor sich. Also ich sehe es ja auch an den Jugendlichen, die telefonieren ja dann oft über Ear-Forms. Ja, ja, ja. Was sagst du denn dazu? Also auf gar keinen Fall Wi-Fi, Funk-Kopfhörer, das ist undenkbar, das geht direkt ins Gehirn und da rate ich absolut von ab. Kabel, ja, am liebsten dann noch mit einer Luftverbindung, das würde ich am ehesten. Aber die Jugendlichen telefonieren fast gar nicht mehr, das geht ja alles mit Texten und die sind ja so schön. Aber diese Dinger haben sie trotzdem drin. Zum Musikhören. Also das unbedingt rate ich jedem Jugendlichen ab davon. Das gibt Langzeitschäden, die sind extrem dann. Okay, ja. Und da gibt es viele Studien, dass es eben Gehirntumor gibt und so weiter. Und wenn ich das Wi-Fi, den Empfänger hier im Ohr habe, also direkt im Gehirn, unbedingt weg damit. Das sieht zwar cool aus, ja, ich habe mein Handy in der Tasche und yeah und die Musik, aber unbedingt abraten. Oh Gott, ja. Und jeder Jugendliche wünscht sich das ja oft zu Weihnachten, Geburtstag, ja, diese, ist ja auch so ein Trend, ja. Aber es wird ja damit wirklich das Kind aktiv geschädigt, ja. Also man hat ja hier wohl nicht wirklich ein sonderliches Interesse an der Gesundheit, sondern da geht ja das Marketing und die Gelddruckmaschine wohl vor. Das ist leider so, ja. Ich wünsche mir, dass die Industrie viel mehr mit den Medizinern zusammenarbeitet und einfach die Verträglichkeit der Menschen bei Medikamenten, wird es ja auch verlangt, ja. Dass man einfach die gesundheitlichen Aspekte von technischen Produkten, besonders Wi-Fi und hochfrequente Geräte, dass man die genauer untersucht. Und ich glaube, da gibt es jetzt langsam einen Umbruch. Auch hier in der Schweiz hat man ja jetzt 5G mehr oder weniger gestoppt, einen Dämpfer dran gemacht. Man merkt, dass das Volk das nicht haben will. Ja, ja. Und deshalb bin ich eigentlich guter Dinge, dass es hier jetzt auch einen Paradigmenwechsel gibt. Aber die Jugend und die Kinder möchte ich ganz besonders eben auffordern, Bedachter mit den Elektronik umzugehen. Was können die Jugendlichen denn jetzt wirklich machen, wenn oder auch Eltern, die jetzt sagen, okay, ich kann jetzt mein Kind nicht davon überzeugen, einen Sonntag zu machen oder die, ja, sage ich mal, die Handys permanent auf Flugmodus. Wie kann man das sicher nutzen, dass man sagt, komm, jetzt schwäche ich das Risiko etwas ab? Also da gibt es eben die Möglichkeit, Vita-Systeme, Vita-Chips auf die Geräte selbst zu kleben, aufs Wi-Fi, auf Decktelefon, auf dem Monitor und so weiter. Und diese bilden dann ein Feld und nehmen diesen Zellstress eben aus dem Körper. Hast du da Rückmeldungen von Eltern, die bereits damit arbeiten, von Jugendlichen, die, keine Ahnung, ihr Verhalten verändert haben oder keine Kopfschmerzen mehr oder was ist da nicht alles? Ein elektrosensibler Heilpraktiker, der selbst eben elektrosensibel ist und seine Kinder, hat vier Kinder und eines davon ist hyperaktiv. Und er sagt, seit der Vita-Chip eben drauf ist, ist das Kind einfach ruhiger. Okay. Ja gut, das ist ja auf jeden Fall mal eine Option dann, wo man mal in Angriff nehmen kann oder wo das Kind dann halt auch bei sich trägt in der Schule. Es ist verträglicher. Man kann, ich will auch die Technik nicht weghaben. Wir können nicht in die Steinzeit zurück. Ich kann nicht ohne leben. Aber einfach gewissenhafter damit umgehen und vor allen Dingen Frequenzen verwenden, die gesundheitsförderlich sind. Und da will ich eben hin mit der Industrie, mit den Medizinern zusammen. Wie wir es jetzt im Kleinen machen, würde ich jetzt gerne im Großen machen. Und ich habe eine Vision, dass man von den Tauern eben wohltuende Informationen und wohltuende Frequenzen sendet. Das ist so meine große Vision. Schön. Ja, das wäre ja auf jeden Fall auch sinnvoll. Ich denke, dafür brauchen wir generell mal eine Industrie, die für die Gesundheit der Menschen einsteht. Das erkenne ich jetzt weder in der Pharma- noch in der Lebensmittelindustrie. Und bei den ganzen Techniken, Mobilfunk und Co. erkenne ich jetzt auch nicht wirklich den Gesundheitsaspekt. Aber es lässt sich ja sicherlich alles in die Richtung drehen. Wir brauchen, glaube ich, nur dieses Bewusstsein, dass wir wirklich mehr für unsere Gesundheit tun müssen, uns informieren müssen, unabhängig vor allen Dingen. Wir kriegen das natürlich nicht auf dem Butterbrot serviert. Das ist so ein bisschen, da muss man schon auch recherchieren. Statistiken anschauen, man sieht zum Beispiel, in den letzten 20 Jahren sind die Burnout, psychische Erkrankungen, sind so enorm angestiegen, so wie der Mobilfunk zugenommen hat. Ja, und dann durch die Ernährung verändert sich natürlich auch die ganze Mineral-Nährstoff-Geschichte. Hat da auch der Vitalchip Einfluss auf Mineralien oder irgendwas? Ja, Vitalchip ist, es gibt ja viele Handychips. Und Vitalchip ist ein besonderes Produkt, weil er 13 hochwertige Mineralien innen eingearbeitet hat. Okay. Und ein großer Bestandteil Magnetit. Das geht mit dem menschlichen Körper schon mal in Resonanz. Das ist wie, weil die so fein gemahlen sind, ist das, wenn ich jetzt ein Kilo Mineraliensteine bei mir hätte. Zusätzlich ist das Magnetit mit Informationsmedizin bespiegelt, ähnlich wie Musik. Mit einem normalen Handy hört man Heavy-Metal-Musik vom Gefühl her. Und mit einem wiedergechippten Handy würde man dann wie Waldi Mozart hören. Von den Frequenzen her, von der Schwingung. Und diese werden einfach aufgeklebt und fahren dann den Zellstress runter. Können eben auch teilweise, wie ein Heilpräktiker von uns festgestellt hat, einzelne, zum Beispiel Zinkmangel ausgleichen. Nur durch die Frequenz? Ja. Ist ja alles Information. Information wie Homöopathie. Aber das Allerwichtigste, den Zellstress runterfahren. Weil darum geht es. Das sind die krankmachenden Symptome. Ja. Ja, spannend. Gibt es noch irgendwas, was den Vita-Chip von anderen unterscheidet? Hauptsächlich die Mineralien. Die Mineralien. Und die Zehntausende von zufriedenen Kunden, man kann es auf unserer Webseite sehen. Okay, habt ihr das in Bewertungen? Von High-Sensitive-Person bis chronische Krankheiten, bis Erschöpfungszustand und so weiter kann man, und die sind alle echt, die sind alle vom Herzen. Ja. Und das erfüllt uns am meisten in unserem Geschäft, dass wir was Gutes für die Menschen tun. Ja. Und damit darf man auch Geld verdienen. Und das finde ich auch wichtig. Das muss sein. Muss auch sein. Können wir nicht mehr Menschen erreichen. Weil da wird ja oft auch immer als Vorwurf, oh, da wird nur Geld gemacht. Da denke ich mir, was macht die Industrie, die uns krank macht? Die verdient noch, noch viel mehr Geld. Und wir werden davon krank. Also ist es auch völlig legitim, dass jemand, der wirklich den Anspruch hat, den Menschen gesund zu halten oder zumindest die Störungen auszugleichen, auch Geld verdient. Also das ist völlig in Ordnung. Das wird oft vermischt. Ich habe vor kurzem gehört, dass es auf der 5% der Bevölkerung sind elektrosensibel oder high-sensitive person. Da sind teilweise welche dabei, die haben wirklich kein schönes Leben mehr. Ja. Bis hin zu 100% arbeitsunfähig. Ja. Und das ist eine Vision von mir. 100 Millionen Menschen sind im Augenblick betroffen. High-sensitive person. Von denen man es weiß. Von denen man es weiß. Das können noch, die Dunkelzinger kann viel höher sein. Jetzt war ich an einem Gespräch in Los Angeles, habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Unternehmer in den USA. Und ich habe in meiner Vision gesagt, ich möchte 100 Millionen Menschen, damals wusste ich noch nicht, dass es 100 Millionen elektrosensibel gibt. Aber ich möchte 100 Millionen Menschen eben helfen, dass sie ein gesundes, erfülltes Leben haben. Ja. Das war meine innere Vision. Schön. Und dann sagt er zu mir, it's possible, it's only 100 Millionen. Das heißt, um viele Menschen zu erreichen, muss man Geld investieren. Deshalb muss Geld fließen. Und wir sind hier sicherlich auf der sehr, sehr fairen Seite so für jeden Mensch erschwinglich. Ja, schön. Vielen Dank, lieber Peter, dass du heute da warst. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, weil ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, vor allen Dingen für unsere Kinder und Jugendlichen. Ja, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben. Next Generation. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke. Ja, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Also dieses Thema Kinder und Elektrosmog und elektromagnetisches Feld und was auch mit der ganzen Digitalisierung, dass unsere Schulen ausgestattet werden. Und jedes Kind ein Tablet dann hat und wie das dann auch alles wirkt auf unsere Kinder. Die Konzentration, die Lichtverhältnisse. Das sind ja auch alles noch Themen, die man noch mit berücksichtigen muss bei dem Ganzen. Ja, bleiben Sie wachsam. Informieren Sie sich wirklich, was das ganze Thema für unsere Kinder in den Schulen bedeutet. Und zur Not gehen Sie wirklich zu den Lehrern und suchen Sie die Diskussion zu dem Thema, dass man da auch wirklich mal auf den Punkt da wirklich genau eingehen kann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und auf bald. Tschüss. Musik Java Musik Untertitelung des ZDF, 2020